Kräftig rühren. Ah, ein bisschen angestrengt. Keine Trümmerfrau. Das ganze Drama. Salz brauchen wir nicht. So, und jetzt kommen die Kinder. Mutti, Mutti, warum siehst du immer so müde aus? Und warum lachst du gar nicht mehr? Ach Kinder, das ist, weil ich immer so viel Arbeit mit dem Kochen habe. Mutti, Mutti, warum siehst du immer so müde aus? Warum lachst du denn gar nicht mehr? Mein Schatz, das ist, weil ich immer so viel kochen muss. Das, liebe Hausfrau, muss nicht mehr sein. Denn nun gibt es Prestofix. Den einen Topf für alles. Genau, denn den Prestofix muss ich einfach nur anschalten. Und dann habe ich genug Zeit, mich für meinen Garten hübsch zu machen. Der Prestofix. Aber seit ich den Prontofix benutze... Ich bin die ganze Begeisterung, die ganze Prontofix-Begeisterung. Ich spüre... Spargelkir! Aber seit ich den Prontofix benutze, ist mein Leben um vieles einfacher geworden. Danke! 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 Danke!